Im Oktober 2017 feiert die evangelische Kirche ein besonderes Jubiläum, ihren Geburtstag. Vor 500 Jahren, so erzählt es die Legende, hat der Mönch Martin Luther 95 steile Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg geschlagen. Und damit hat er die Reformation ausgelöst. Ja, über die Reformation wäre natürlich ganz viel zu sagen, aber Luther hat sie fantastisch gebündelt in vier Stichworten. Sola Scriptura, allein die Schrift, keine andere Offenbarungsquelle. Sola Fide, allein der Glaube, nicht sonstige Leistungen des Menschen. Allein die Gnade, keine Verdienste. Und alleine Christus, kein anderer, der in der Mitte dieser Religion steht, eine Person, nicht ein Dogma, nicht ein Buch, sondern Christus selbst. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020